Hier wird dein Hauptmissionsziel angezeigt, neben einem ausgewählten Sekundärziel. Es können mehrere Sekundärziele vorliegen, die du mit diesen Buttons durchschalten kannst. Buttons. Die meisten Missionsziele werden auf der Karte angezeigt, außer in den seltenen Fällen, in denen der Zielort nicht verstimmt werden kann. Okay. Wir brauchen deine Hilfe nicht nur bei der Vernichtung des Feindes, sondern auch bei der Eroberung von wichtigen Schlüsselorten. In diesen Fällen werden dir unsere Kämpfer sehr dankbar sein, wenn du ihnen Deckung gibst, während sie eine Stellung erobern. Übrigens solltest du die Hilferrufe nicht ignorieren. Das Leben unserer Männer könnte auf dem Spiel stehen. Okay. Wenn du den Mauszeiger über eine Markierung auf der Karte führst, werden zusätzliche Informationen eingebaut. Auf der Karte werden neben deinen Missionszielen auch alle verbündeten und identifizierten gegnerischen Einheiten dargestellt. Aha. Du wirst wohl verstehen, dass unser Hauptziel darin besteht, die Kontrolle über die Sümpfe zu erlangen. Und das bedeutet Krieg gegen die Aggressoren. In diesem Bereich hast du jederzeit Zugriff auf taktische Informationen über militärische Operationen. Auf der linken Seite sind Angaben über deine aktuelle Fraktion aufgeführt. Momentan sind wir das. Clear Sky. Informationen über den Hauptgegner werden auf der rechten Seite angezeigt. Hier siehst du deine ungefähre Kampfstärke. Hier kannst du sehen, über wie viele Kämpfer wir verfügen. Und das sind unsere Ausrüstungsvorräte. Für unseren Gegner werden ähnliche Anzeigen verwendet. Und in diesem Feld schließlich siehst du die aktuelle strategische Mission sowie taktische Ziele, die erfüllt werden müssen, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Erfolgreich abgeschlossene strategische Missionen werden unten dargestellt. Auf dem letzten Reiter werden deine Beziehungen zu allen Gruppierungen und die Kampfstärke der einzelnen Fraktionen angezeigt. Zudem siehst du hier deine eigene Statistik. Das war's im Großen und Ganzen. Spielen doch keine drei Stunden. Okay, bis dann. Okay. Da. Ich spiele doch keine drei Stunden. Schlabberstum. Kriegst du Scheiße, ey. Wie sollen wir das denn schaffen? Erhalten, 14 erfüllt, 6. Stalker. Freunde, aha. Das ist, ja. Oh. Oh, hier ist das Messgerät. Das konnte ich endlich rausholen. Ähm. Ja. Renn mal, mein Kleiner. Renn. Renn um dein Leben. F5. Stalker, was willst du? Ich soll dich also zu den großen Sümpfen führen. Ja. Du kennst die Regeln. Dir werden die Augen verbunden. Wenn du meine Schultern nicht loslässt, wird dir nichts geschehen. Okay. Sehr schön, dass die, ähm, Texte auch so gut, ähm, bearbeitet wurden. Du bist jetzt im großen Sumpfsöldner. Sei äußerst vorsichtig und spiel nicht den Helden. Wirf einen Blick auf deinen PDA. Dort findest du Informationen über die Positionen unserer Trupps hier. Ich würde sagen, du begibst dich zum Fischerdorf. Dort sind sie nämlich. Scheiße. Wir halten die Schillen, brüchend schnell, hilf uns! Und du Scheiße. Was sind das denn für kranke Viecher? Du Scheiße. Ach, du Kack. Das denn für Muttern? Ja, wo seid ihr denn? Junge. Ich hab gerade andere Probleme. Ich hör sie, ich hör sie. Ach, du Scheiße. Wo zur Hölle bist du, verdammt nochmal? Ich komme, ich komme. Ich bin bei Burgerschef. Das ist Vodka-Spray. Ja, ist gut. Checkt. Ja, gerne. Ach, du Scheiße. War dat nötig? Jesus, man. Hab doch eher ganz gut ausgehalten. Ja, ich konnte vor allem sehr gut helfen. Ich hab mich jetzt so... Ich hab keine Ahnung, was da jetzt abgegangen ist. Ähm, ja. Kann... Bin das nur ich, oder kann es sein, dass das Game ein bisschen verbuggt ist? Großen Sumpf, Söldnere. Sei äußerst vorsichtig und spiel nicht den Helden. Wohl, verheulich bist du verdammt nochmal! Dort findest du Informationen über die Positionen... Ich hab meine Pistole. Ich würde sagen, du begibst dich zum Fischerdorf. Dort sind sie nämlich. Oh, Wichser. Scheiße. Ich komme schon, Alter. Ich bringe Wodka mit. Soll ich Wodka mitbringen? Wozu Hölle bist du verdammt nochmal? Ich bin die Hölle. Ich komme. Ich bin im Wasser. Ich bin auf dem Weg. Hier bin ich. Ich bin da. Das ganze Gestrüpp, ey. Ich piekst in den Augen. So, wie sieht's denn da aus? Scheiße. Yay, hab jemand abgeschossen. So, was war's die Muni wert? Hm, gefällt mir auch schon. So. Mein Gibtgok. Mein Gibtgok. Oh, 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 oh. Oh. Oh, haha, wieder Alkohol. Das ist sehr überraschend. Hallo. Ah. Ein bisschen Licht muss sein. F5. F5. Ich erfüllen wir mal. Wo sind denn die Gegner? Oh, das nehmen wir auch mal. Vielen, äh, vielen lieben Dank. Das nehmen wir auch mal. Hallo. Vielen lieben Dank. Das nehmen wir auch. Das kann ich spüren können. Falls das hier geht im Game. Dürft eigentlich möglich sein. So, ich bin direkt hinter euch, Leute. Oh. Au. The fuck. Was war das denn für eine Aktion? The fuck. The fuck. Boy. Ich bin nur von hirnlosen Russen irgendwie umgeben. Kommt mir so vor. Boah. Ja. Jetzt aber. Ah ja, wir kriechen hier lang. Nehmen uns mal wieder, Alter, das dort hier ist. Damit meine ich ganze Munition. Nehmen seine Pistole. Können wir verhökern. Lassen wir uns das nehmen. Zweitens den hier machen. Ähm, ja. So auch machen. Danke. Ihr seid still. Jetzt müssen wir ganz ruhig sein, meine Lieben. Wir müssen versuchen, hier so durchzukommen. Und dieses Mal nicht von unseren eigenen Kumpels umgebahrt werden. Bleibt da, wo ihr seid. Das die uns ja nicht bemerkt haben. In Kettenformation vorwärts. Bereithalten. Angriff auf mein Signal. Wow, das ist gar nicht Muni-Verschwendung. Ja, irgendwas mit Wodka und Burger-Chop. Das ist doch genau das, was die gesagt haben, oder nicht? Wir schleichen uns mal hier durchs Gras. Dann wollen wir mal das hier benutzen. Gucken, ob wir... Jemand da? Du Scheiße, ich sehe niemanden mehr. So. Können wir schön collecten. Ähm, hm, 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 hm. Das bitte nehmen. Äh, ja, oder auch so. Das so doppelt klicken. Aha, okay. Das kann ich nehmen. Kann ich auch gebrauchen. Danke. Gibt es denn noch irgendwelche Tote für mich? Ah, hallo. Ah. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Also, was kann ich für dich tun? Also nix, Alter. Was gibt es Neues in der Zone? Was machst du hier? Erzähl mir. Okay, bis dann. Und was willst du? Zwiebel, Alter. Lass mich vorbei. Jesus, man. Wtf. Aha, was war da? Uh, was ist dat? Ah. Äh. Enten sind tote Tiere. Ein toter Futsi. Wo zur Hölle bist du? Verdammt noch mal! Alter, ey. Ich mach doch nur nur mein Job. Jesus, motherfucking Christ. Nix, Arschloch. Ja, ich komme. Jesus, motherfucking Christ. Scheiist. Schön, dass du gekommen bist. Jetzt werden wir's denn bescheiden. Hier! Der Stapel, Schill! Oh, der Stapel! So ausgeschaltet. Wir werden uns irgendwie erkenntlich zeigen. Versprochen. Ja, dat hoff ich doch. Bisschen Brot. Mehr Munition. Bisschen mehr Munition. Ach, du Scheiße. Was soll ich machen? Was ist mein Quest? Schalte den Feind aus. Alte Kirche. Oh, Scheiß. Was leckt das so? Okay. Dass wir es den Abtrünnigen zeigen können. Und das nächstes Ziel ist ihre Hauptbasis. Entscheid so weit auf ihren Besuch bekommen. Lass mich gucken, was es da gibt. Wartet. Dahinten soll ich hin oder was? Greif an! Durch! Ja, ich gebe euch doch die Dinge zum Angreifen. Ich zeige euch doch, dass ihr angreifen sollt. K, guck. Ach, du Scheiße. Du Scheiße, was passiert da? Ja, euer Pech. Ach, weißt du was? Du fängst an, mich an zu kotzen, ey. Dass hier nichts funktioniert. Och, nirchen der Herr. Ganz leise, mein Lieben. Das ist ein Freund. Irgendwie scheine ich nicht so die große Hilfe zu sein in dem Game. Sorry, ich muss das nochmal nehmen. Oh, siehst du, da hat Medipack drin. Oh. Steht, dass ich da hin soll. Ja, äh, kann sich entscheiden. Ja, sag ich doch. Hier lang. Oder nett. Bauernhof. Tant. Tresor im Schmutz. Clear Sky. So, mein Lieben. Wow. Oh, eine Mutantin. Hat der was? Nee. F5. Vorsicht, meine Lieben. Das war's mit der heimlichen Tuerei. Ja. Oh, ja. Ja, schön. Ja, drück mich genau. Genau. Scheiß Spacken. Oh, fick dich. Ich benutze jetzt ein Verband. Oh, ich bin glücklich. Guten Tag. Brötchen. Was zu trinken. Oh, hallo. Oh, jo. Oh, scheiße. So, meine Lieben, ich muss leider sagen, das war alles für dieses Mal. Ich sag mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn's mal hier wieder heißt. Let's play Stalker. Clear Sky. 2 casually. 3 ghost. 3 Paula, 1 CFR. وfahrrader engagement. 4 مسport optim. Porque, werde ich lieber dabei. 5 مسport optim. 5 Du tv. 4 einfach. 5 neuroso.